. Ja, ist der Lokführer Markus? Hey, hoi, der Freddy von der Einteilung. Was willst du schon wieder? Du, wir sind wieder voll auf Entzug. Hättest du mir nicht eine Stunde oder zwei? Oder 8,2? Du schuldest mir im Fall schon 85 Stunden. Ja schon, aber das ist etwas ganz anderes. Warum? Ich bin doch keine Zeitbank. Ich habe einfach kein Mitleid mehr mit euch. Jetzt tue doch nicht so. Du musst im Fall nicht gerade verbal entleisen. Anderen schulde ich noch viel mehr und die sind im Fall viel netter zu mir. Wir sind doch eine Familie, komm. Ja, was hättest du denn so? Ja, das Genf retour wäre doch wieder mal etwas, oder? Oh, Genf, ja, ja. Also komm, übermorgen nimm dir die zwei Niederwennigen weg und gib dir dafür einen Überfuhr auf Hiverdon. Die fährt im Fall voll ein. Ist das alles? Dann streck dir noch den Dienst am Montag und mach dir Pause zu. Ich tue dir eine Wegzeit ins Depot F und gleich wieder eine zurück. Dann kannst du auf unsere Kosten noch eins buffen. Ah, okay. Weil's du bist. Aber wann gibt mir diese Zeit endlich wieder mal zurück? Am 23. Versprochen. Dezember? Neeein. Februar. 2024. Vielleicht.